So, das ist unser Laden. Ja, Herr Scholz, das war's. Oh, alles raus, evakuiert. Überschwemmung, Autos sind überschwommen. Sieht man ja, sieht man ja, hier alles überschwommen. Wir sind total überschwemmt worden. So, gut. Das zur Info. Laden können wir nicht zumachen, weil er füllt sich dann sonst. Und jetzt wird noch versucht, die Elektrizität ausgeschaltet zu werden.